Bhagavad Gita, Vers 2.51 Die Weisen, die im hingebungsvollen Dienern beschäftigt sind, suchen beim Herrn Zuflucht und befreien sich vom Kreislauf der Geburten und Tode, indem sie den Früchten ihres Handelns entsagen. Auf diese Weise erreichen sie den Ort, der jenseits aller Leiden liegt. Erklärung Die befreiten Lebewesen suchen nach dem Ort, an dem es keine materiellen Leiden gibt, das Bhagavatam erklärt. Für den, der das Boot der Lotusfüße des Herrn bestiegen hat, der die Zuflucht der kosmischen Manifestation und der berühmt als Mukunda ist, derjenige, der Mukti gewährt, für den ist der Ozean der materiellen Welt wie das Wasser im Hufabdruck eines Kalbes. Sein Ziel ist Parampadam oder Vaikuntha, wo es keine materiellen Leiden gibt und nicht der Ort, an dem bei jedem Schritt Gefahr lauert. Bhagavatam 10.14.58 Aufgrund ihrer Unwissenheit wissen die Menschen nicht, dass die materielle Welt ein Ort des Leids ist, an dem bei jedem Schritt Gefahr droht. Nur aus Unwissenheit versuchen weniger intelligente Menschen, sich der Situation anzupassen, indem sie fruchtbringende Aktivitäten ausführen. Sie glauben, dass die Ergebnisse dieser Handlungen sie glücklich machen würden. Sie wissen nicht, dass ihnen kein materieller Körper innerhalb des Universums ein Leben ohne Leiden geben kann. Die Leiden des Lebens, nämlich Geburt, Alter, Krankheit und Tod, treten überall in der materiellen Welt auf. Wer aber seine wirkliche, wesenseigene Position als ewiger Diener Krishnas versteht und somit auch die Position des höchsten persönlichen Gottes erkennt, beschäftigt sich im transzentralen, liebevollen Dienst des Herrn. Folglich wird er befähigt, in die Vaikuntha-Planeten einzugehen, wo es weder ein materielles, leidvolles Leben noch den Einfluss von Zeit und Tod gibt. Kennt man seine wesenseigene Position, erkennt man auch die erhabene Position des Herrn. Wer fälschlich glaubt, die Position des Lebewesens und die Position des Herrn befänden sich auf gleicher Ebene, ist von tiefster Dunkelheit umgeben und deshalb unfähig, dem Herrn hingebungsvoll zu dienen. Er wird selbst zum Herrn und ebnet sich so den Weg zum sich wiederholenden Kreislauf der Geburten und Tode. Wer jedoch versteht, dass es seine Position ist zu dienen, stellt sich in den Dienst des Herrn und wird sofort befähigt, in Vaikuntha-Loka einzugehen. Dienst im Interesse des Herrn wird Karma-Yoga bzw. Buddha-Yoga oder in einfachen Worten hingebungsvoller Dienst für den Herrn genannt. Dienst im Interesse des Herrn 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 Dienst im Interesse des Herrn